Ich habe die Macht von Greyskull, weil wir müssen ja jetzt auch wieder da rüber kommen, um das Portal zu basteln. Rausgerotzt hat uns das Portal. Und das mal gar nicht so banal. Jetzt können wir hier rausspringen und schnappen uns ein Explosiv-Dingen. Ja, so macht das ganz viel Spaß. Bitteschön, da kriegst du das. Wunderbar. Oh, schön. Ich trinke gerade spanische Milch. Ähm, ja, das ist so eine sehr süße rote Milch. Die wird aus Trauben gemacht. Ja. Also das ist sowas ähnliches wie Wein. Ja. Also halt nur Milch ohne Alkohol und so. Kratzt nur ein bisschen im Hals die Milch. Manchmal. Aber das ist eher so mein abendlicher Entspannungs-Drink. Ab und zu mal trinke ich so eine abendliche Entspannungs-Milch. Ab und zu eher selten. Aber mal brauchst du das dann doch. Vor allem wenn ein harter Arbeitstag vorbei ist. Weißt du, dann setzt du dich hin. Und machst du den schön mit so einer Milch. Alter, wie wir hier hochkatapultiert werden. Ist ja wohl die wahre, der wahre Knüller. Könnte man ja öfter machen hier. Schlüssel des Betrachters. Vielen Dank. Und wieder raus aus dem Portalchen. Oh nein. Oh nein. Da müssen wir rüber. Rüber müssen wir. Rüber. Mit voller Energie. Karl, heiz den Ofen an. Ja, ja, ja. Einmal drehen noch. Und schwuppsiwupp. Werden wir ausgespuckt. Ja. So mögen wir das. Was haben wir denn hier? Okay, kommen wir da gar nicht durch. Wo soll ich denn überhaupt hin? Ja, gut. Cool so. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Und wir wissen nicht, wohin mit dem Schlüssel. Ist natürlich dann immer sehr effektiv. Da nehmen wir jetzt aber einfach mal die Folie mit. Ach, die bringt uns ja gar nichts. Scheiße habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Da hinten können wir auch nicht langspringen. Shitty, 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 shitty. Shitty, shitty, bing, bing. Hm. Da haben wir irgendwas verpasst. Diesen blöden Schlüssel haben wir jetzt. Wir rennen jetzt nochmal hoch. Vielleicht sind wir ja auch falsch abgebogen. Vielleicht konnten wir ja auch woanders lang. Vielleicht sind wir auch an so einer Türe mit so einem Auge. Sind wir vorbeigerannt. Und haben gar nicht drauf geachtet. Haben uns einfach nur beobachtet gefühlt. Wegen dem Auge. Und wenn ich es mir recht überlege. Ja, da bin ich jetzt aber ganz schön sauer. Weil ich habe mich tatsächlich beobachtet gefühlt. Wegen diesem scheiß Auge. Also. Boah. Ich würde ja mal sagen, da müssen wir eben zu Recht das Auge ausstechen. Na toll. Und wir müssen hier jetzt wieder. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Das macht auch so super viel Spaß. So, einmal noch. Feuer! Ah, schön. Können wir den hier wecken, moschen. Zack. Und. Noch nicht. Nee, nee, nee. Gleich. Jetzt müssen wir, glaube ich. Jetzt, jetzt. Jetztse, jetztse. Wo sch... Wow. Das war aber knapp. Gerade so. Aber wo müssen wir denn mit dem scheiß Schlüssel hin? Ach, da oben. Guck mal einer an. Ey, da brauchst du so eine Ewigkeit, bis du da den Schlüssel rankommst, ne? Brauchst du so lang, bis du Schlüssel rankommst, damit du da erst oben dann hinkommst. Oh, das finde ich gar nicht so okay. Wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich... Also, ich nehme ja jetzt gerade auf, wo Barca gegen Chasey gespielt hat, ne? So. Und mich führt der Mann zu ziehen. Habt ihr das Spiel gesehen? Ne? Für wen wart ihr denn? Seid ihr ja mehr so Barca-Fans oder mehr so, äh, Chasey? Oder sagt ihr Fußball? Ne, danke. Ich glaube, ich habe ja viele Sportfans als Abonnenten. Wir gehen noch für ihre Sportfans. Und ab nach oben. Aber da haben wir doch eigentlich schon Energie drin. Können wir die nicht? Oder müssen wir damit mal runterfahren? Ach, ich habe Spaß jetzt. Ich werde jetzt Spaß haben. Guck mal, da oben ist wieder dieser Wirbelkreis. Seht ihr den? Der täuscht eigentlich vor, dass das Level da zu Ende ist. Ganz clever eigentlich. Oh, hallo. Hallo, Dudes. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam. Alter. Geh mir nicht auf den Keks. Du auch hier. Batz, 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 batz. Zack. In your face. Bam. Also die Kombos werden ja immer länger, ne? Später so. Schon krass. Wo man anfangs sich so über eine 30er-Kombo gefreut hat. Aus jetzt hier einfach mal. Und die waren anfangs auch mal schwer, hier. Die Kollege Schnürschuh. Anfangs waren die gar nicht so ohne. Ja, und jetzt metze ich mich hier durch hier rein. Und wir kriegen, die kriegen ordentlich aus Zupressbrett hier, die Jungens. Ja? Kennt ihr den eigentlich schon? Ah, burn, 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 in Flamme, im Pfizer, nein, ins Angesicht. Ihr kriegt hier voll auf die Nüsse. Aber burn finde ich nicht ganz so geil. Muss ich ehrlich sagen. Du in dein Gesicht. Oh, sowieso. Wex. Wex. Wex, wir. Wex. Wex. Ne, 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 ne. Uh, aber nicht. Okay. Darf ich? Ja, wunderbar. Hm. Ich glaube, ich bin fast der Let's Player, der am meisten in seinen Parts trinkt, oder? Wenn, dann tut es mir leid. Ich hoffe, ihr liebt mich trotzdem. No homo. Natürlich. Versteht sich. Und selbst. Klack, 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 klack. Ja. Wer kommt denn jetzt? Schönes Endboss, oder was? Sonst was Böses bestimmt. Die tun mir ja alle weh. Sind alle hier gemein. Na schön. Na schön. Wer bist du denn? Ja, schön. Und Stinky. Gute Nacht. So. Stinky mögen wir nicht. Tschüss, Stinky. Oh, Mist. Oh, Mist. Au. Nicht gut. Ah, ausweichen. Und warum giftig denn jetzt hier? Genau. Ich hab gesagt, du sollst auch kein zu giften. Der ekelhafte Gifttüfter. Ah, ja, ist schon weg. Oh je. Na? Seit wann gibt's den eigentlich hier auch mit Schild? Kollege Schnüschuh. Ja, da guckst du, wa? Hier. Fix den noch ab. Komm doch her, komm doch her, komm doch her, komm doch her. Zack, 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 zack. Aua. Oh, der war gar nicht mal so ohne. Hätte mich fast getroffen. Der Kumpel. Aber wir holen uns gleich hier wieder ein bisschen Leben zurück. Okay. Wow. Was deine Waffe so glühen muss, das macht einem richtig Angst. Oh. Was denn jetzt? Oh. Ei, 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 ei. Oh, scheiße. Pick dich doch. Du Arsch. Besonders. Du Penner. Du mit deinem blöden Rumwirbeln hier. Hier, kriegst du den und den, den kriegst du auch noch ab. Das ist, glaub ich, wohl kaum. Alter, 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 alter. Jetzt übertreib's nicht. Ey, so ein Penner. Wie lange er wirbelt einfach. Leben. Wobei, das war jetzt kein Leben, aber ist das Leben. Ach, er ist tot. Schönes Ding. Oh, Junge, Junge, Junge. Da oben ist irgendwas. Hallo, du da oben. Hm, kommen wir nicht ran. Warum nicht? Ich möchte aber gerne ran. Irgendwie kommen wir da irgendwann später noch oben ran, oder was? Oder was soll das? Warte mal, da muss es doch dann auch so ein Portal-Ding geben, oder? Haben wir hier vielleicht irgendwo was? Portal. Nicht runterfallen, Kollege. Können wir vielleicht hier irgendwie da ans Portal ran? Ein Stück kannst du zurück. Ein Stück kannst du noch. So, gucken wir mal, wenn wir da ein Portal ran heften können. Oh ja. Mal gucken. Der, kommen wir da rüber? Probier. Hm, wie interessant war das denn. Und wie äußerst intelligent. Mann, 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 Mann. Das war ja großartig. Komme ich nicht rüber. Niemals kommen wir da rüber. Aber da kommen wir da dann hoch, glaube ich. Wo müssen wir mich aus? An der Seelenkiste. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Naja, gut. Gehen wir erstmal weiter hier. Solange nicht diese ästlichen Banschies kommen. Keine ästlichen Banschies, bliebte. Sind wir hier richtig? Ja, doch, sind wir. Portal. Wir müssen wieder Portal-Raisers spielen. Naja, das alte, gewohnte Spielchen. Portal hin und her zaubern. Das können wir ja mittlerweile ganz gut. Weil, äh, passiert ja auch verdammt oft hier. Schubidu. Und du kriegst das. Und dann müssen wir das alte auflösen. So genau dicht da. Ja. Und dann muss ich das wieder hier ran machen. Und dann müssen wir gucken. Oh, da kommen wir noch gar nicht ran. Natürlich. Wir haben ja was Neues gelernt. Und dann müssen wir uns die Bombe da rausziehen. Ach ja. Wie schön. Wie schön simpel Spiele gestrickt sein können, oder? Jetzt müssen wir nochmal schnell genug sein. Und gleich raus hier. Oh, verdammt. Nein! Wie kommen wir denn da rüber? Müssen wir doch einfach so rausschießen, oder was? Hui. Und dann müsste er sich jetzt nochmal drehen. Ja, genau. Bitte da ran. Bitte, bitte. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ei, ei. Keine Banschis, bitte. Keine Banschis. Sei ein brabes Spiel. Und bring mir keine von den hässlichen... Ja, genau. Stinky und Schildi. Stinky und Schildi. Na, herzlichen Glückwunsch. Mann, Mann, Mann. Halt die Fresse. Uah, ha, 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 ha. Stinky, du kriegst erst mal den hier ab. Und, ähm, ich hab mich entschieden, dass ihr auch den hier mal so ne Runde kriegt, ne? Bist du Bescheid? Stinky? Bleib im Grabe, Stinky. Oh, der mit dem Schild, der ist schon gut fertig. Ja, ja.